Budika, sagenumwobene Königin der Kelten. Von ihr sind viele Bilder überliefert. Die Freiheitskämpferin, die es wagt, Rom die Stirn zu bieten. Oder die blutrünstige Kriegerkönigin, die Zehntausende niedermetzelte. Für manche ist Budika bis heute ein Symbol weiblicher Macht. Was davon stimmt? Wer war sie wirklich? War Budika eine Freiheitskämpferin? Als die Römer 43 nach Christus Britannien erobern, leisten die keltischen Stämme Widerstand. Manche Herrscher aber kooperieren mit den Römern. So auch die Ikäner unter König Brasutagus. Die Ikäner sind reich, das zeigen Hortfunde, wie zum Beispiel goldene Talkways, bei denen es sich vermutlich um Herrschaftszeichen handelt. Ein Talkways ist ein gedrehter Halsring an einer Seite offen und man findet diese Talkways sehr häufig einerseits in der antiken Literatur. Da wird es also den Kelten zugeschrieben, dass sie solche Talkways trugen. Man kennt es auch aus archäologischen Funden, häufig sogenannte Hortfunde, wo also dann vermutlich Weihgaben bestehend aus einem oder mehreren solchen Ringen niedergelegt wurden, im Boden vergraben wurden. Und man kennt es eben auch aus Beschreibungen in den römischen Historikern. Prasutagus ist ein sogenannter Vasallenkönig und übrigens der Ehemann von Budika. Als Herrscher behält er also teilweise Unabhängigkeit von Rom. Als er um 60 nach Christus stirbt, bricht der Streit um sein Erbe mit den Römern aus, wie der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet. Nach Tacitus war es so, dass der König Prasutagus vor seinem Tod verfügt hat, dass es zwei Erben geben sollte für sein Reich nach seinem Tod. Nämlich einmal seine beiden Töchter, die Mutter wird in dem Zusammenhang nebenbei bemerkt nicht erwähnt, und auf der anderen Seite eben den römischen Kaiser Nero. Tacitus erzählt uns nicht, warum er auch Nero bedacht hat, aber man kann natürlich sich jetzt alles Mögliche vorstellen. Der naheliegendste Grund war vielleicht, dass er sozusagen sich das Wohlwollen des Kaisers sichern wollte, indem er ihn auch zum Erben einsetzt und gleichzeitig eben auch seine Familie berücksichtigt. Die Römer geben sich mit ihrem Anteil aber nicht zufrieden. Sie ignorieren das Testament ihres Vasallen und kassieren das gesamte Gebiet. Doch damit nicht genug. Sie peitschen die Königin aus und vergewaltigen ihre Töchter. Budica schwört Rache. Sie versammelt mehrere Keltenstämme, die sich nicht mehr von den Besatzern unterdrücken lassen wollen, und führt sie in den Aufstand gegen Rom. Das wir heute von Budica wissen, geht auf zwei römische Geschichtsschreiber zurück. Cassius Dio, der etwa 100 Jahre nach Budicas Zeit geboren wurde, und Tacitus, der nur knapp 40 Jahre nach ihrem Tod über sie schrieb. Budicas Geschichte kennen wir also hauptsächlich aus römischer Sicht. Bei aller Fantasie, die hier sicher auch am Werk war, als gesichert gilt, sie kämpfte tatsächlich für die Freiheit der Kelten gegen die Römer. Doch wie brutal ging die Kriegerkönigin vor? Cochester, eine englische Stadt an der Nordsee. Hier, im Keller des George Hotels, finden sich heute noch Spuren von Budicas Rachefeldzug. Ein dunkler Streifen in der Erdschicht erweist sich als eine Schicht verbrannten Materials aus dem Jahr 61 nach Christus. Der sogenannte Zerstörungshorizont Budicas. Entstanden, als sie Camolodunum, wie der Verwaltungssitz der römischen Besatzer damals hieß, zu Asche verbrannte. Sie töten jeden, schreibt Tacitus. Gefangene machen sie nicht. Zehntausende, Römer wie verbündete Einheimische, werden schätzungsweise während der Rebellion von Budicas und ihren Truppen ermordet. Die Keltenkriegerin ist jetzt nicht mehr zu stoppen und der Aufstand in vollem Gang. Die Aufständischen marschieren weiter ins Landesinnere und attackieren das Handelszentrum Londinium, das antike London. Es wird dem Erdboden gleich gemacht. Cassius Dio behauptet, für die Römer sei Britannien in diesem Moment verloren. Ob man wirklich mit dem Gedanken gespielt hat, Britannien aufzugeben, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß nicht genau, wie gut die Anhaltspunkte dafür sind. Aber man muss natürlich sagen, die Römer sind ja überhaupt erst 43 nach Christus nach Britannien gekommen, um die Insel zu erobern. Das heißt, es war zu dieser Zeit noch keine großartige Infrastruktur im Land da. Und es mag schon der Fall gewesen sein, dass es auch Stimmen gab. Es lohnt sich wirtschaftlich nicht. Man sollte diese Provinz auch wieder aufgeben. Dass eine Frau ihnen solche Probleme bereitet, ängstigt die Römer und beeindruckt sie zugleich. Cassius Dio schreibt, ihr Erscheinungsbild war höchst erschreckend, der Glanz ihrer Augen besonders wild und ihre Stimme war harsch. Die Flut ihres löwenblonden Haares umspielte ihre Hüften. Um ihren Hals trug sie eine große goldene Halskette. Die Erzählung um Boudicca hat wahrscheinlich für die Römer so eine gewisse besondere Stellung, weil man natürlich jetzt davon überrascht war oder weil man es als überraschend empfunden hat, dass hier eine Frau die Anführerin dieses allgemeinen Aufstands in Britannien ist. Und es ist eben auch so, dass die Römer bei der Schilderung fremder Völker, also bei ethnografischen Schilderungen, häufig gerne auf das abgehoben haben, was sozusagen ungewöhnlich und anders als in Rom ist. Das heißt also, eine herausgehobene Stellung von Frauen im Kampf, das wird gerne akzentuiert, weil es eben sozusagen die Andersartigkeit der Kelten oder der Barbaren im Allgemeinen unterstreichen soll. Der römische General Gaius Suetonius Paudinus, der sich gerade im Nordwesten der britannischen Insel aufhält, zieht die römischen Truppen zusammen, um die Kelten endgültig zu schlagen. Zur Entscheidungsschlacht kommt es wahrscheinlich an der Watling Street, einem Römerweg, der sich quer durch England zieht. Der genaue Ort ist vergessen. Für den General sieht die Lage schlecht aus. Die Römer sind den Kelten zahlenmäßig weit unterlegen. Wie konnten sie so in die Defensive geraten? Das Problem war vielleicht auch eine falsche Einschätzung der Lage. Es sieht ja so aus, als habe man mit dem Aufstand just zu diesem Zeitpunkt gar nicht unbedingt gerechnet. Und da gab es eben das Problem, dass ein Teil der römischen Truppen anderweitig gebunden war. Siegessicher fährt Budika auf ihrem Streitwagen in die Schlacht. Doch gekämpft wird wohl vor allem Mann gegen Mann. Und die intensive Disziplin und taktische Flexibilität der römischen Soldaten gibt den Ausschlag. Budikars Glück wendet sich. Die Kelten verlieren. Nun gewähren die Römer ihrerseits keine Gnade. 80.000 tote Kelten bleiben auf dem Feld bei nur 400 Verlusten der Römer. So stellen sie es zumindest später dar. Wir wissen natürlich nicht, ob das genau so gewesen ist. Also die Römer neigen natürlich dazu, manchmal auch solche Aufstände herunterzuspielen. Und man reduziert das dann auf eine einzige Schlacht, die das Ganze dann wieder ins Lot bringt. Es kann ja durchaus sein, dass sich das länger hingezogen hat, aber dass man das von römischer Seite eigentlich nicht so gern gehört hat, weil es eben auch dann zeigt, dass die römische Herrschaft in Britannien nicht so gefestigt ist, wie man es sich vielleicht gewünscht hat. Sicher ist, früher oder später verlieren die Kelten. Die Römer halten sich in Britannien bis etwa 410 nach Christus. Budika überlebt zwar die Schlacht. Doch nach Tacitus begingen sie dann Selbstmord. Nach Cassius Dio starb sie an einer Krankheit. Allein die Legende lebt. Ihr Aufstand währte nur kurz. Doch in der britischen Kultur ist ihre Geschichte Teil des Nationalepos. Und Budika eine echte Heldin. Ja, nach den antiken Autoren hat sie in diesem Aufstand eine wichtige Rolle gespielt, die dann allerdings auch mit der Niederschlagung des Aufstands geendet hat. Und es war für die Römer wahrscheinlich nur einer von vielen Aufständen gegen das Römische Reich, die in dieser Zeit sich abgespielt haben. Und historisch eigentlich ist das Nachleben dieser Figur eigentlich fast bedeutender als ihre reale Rolle im römischen Britannien. Für die Mythenbildung ist eine starke Führungsfigur und Ausnahmefrau wie Budika besonders geeignet. Im 16. Jahrhundert stellt sich Elisabeth I., ebenfalls rot-blond, und eine der bedeutendsten Herrscherinnen des britischen Empire in eine Reihe mit der Keltenführerin. Und dann natürlich sicherlich von Belang, das ist eben die Regierungszeit Elisabeth I., wo eben auch eine Königin, eine Herrscherin jetzt sozusagen wie ein Mann über Britannien herrscht. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass Budika eben eine wichtige Rolle spielt in elisabethanischer Zeit und dann auch wieder in viktorianischer Zeit im 19. Jahrhundert. Das sind beides Epochen, wo man eben auch in England sich sehr für die vorrömische Geschichte interessiert hat, für die Altertümer. Und es gibt eben auch immer dieses gewisse Bedürfnis, diese stummen Funde mit Namen und mit Geschichten zu verknüpfen. Als mit Königin Victoria im 19. Jahrhundert nach langer Zeit wieder eine Frau den britischen Thron besteigt, nimmt die Budika-Legendenbildung nochmal Fahrt auf. Das britische Imperium ist unter Victoria auf dem Höhepunkt seiner Macht. Budika wird als patriotische Heldin, die die Freiheit ihres Landes gegen fremde Invasoren verteidigte, zur nationalen Ikone. 1902 wird ihre Statue gegenüber dem Parlamentsgebäude platziert. Da kommt es gerade recht, dass der Name Budika wie Victoria, die Siegreiche, bedeutet. Auch die eiserne Lady, Premierministerin Margaret Thatcher, stellt man gerne in die Tradition der Kriegerin. Bis heute begegnet man der keltischen Kriegerkönigin. Sogar in Videospielen. Hier erreicht Budika, was ihr während des Aufstandes nie gelang, ihre Truppen bis nach Rom zu führen. Kennt ihr noch weitere heldenhafte Frauen der Geschichte? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da.